Ziemlich einfache Frage, nicht wahr? Ich will keinen Sozialismus, nur weil der Sozialismus nicht zu mir passt. Obwohl sie jetzt kein gutes Leben haben. Obwohl Ostdeutschland mit mir fusionierte, habe ich ihm geholfen. Aber bis jetzt ist er immer noch ärmer als ich. Es ist alles deine Schuld, dass wir so lange getrennt waren. Ja, es gibt auch die ukrainische Hungersnot, die völkermord ist. O какom genozyde вы говорите? Вы двое, zacknитесь сейчас. Faktisch, голод был катастрофой, вызванной провалом сискохозяйственных экономических реформ. Das ist nicht genozyde gegen ukrainischen. Wir verraten die Golodomor 1932 in der Sowjetunion, in ein событиe, das nur auf ukrainischen. Was du willst?